Hey ADHS-Athlete und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video beantworte ich mal eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich mache dir immer die Fragerunden. Sehr beliebtes Format, falls du mir da noch nicht folgst. ADHS.Success. Gleich mal die Gelegenheit nutzen, um Werbung zu machen in den ersten Sekunden. Und jetzt gehe ich die Fragen mal gemeinsam mit euch durch. Die erste Frage, die ich bekommen habe, war folgende. Kann man sein ADHS überhaupt komplett in den Griff kriegen? Und da sage ich ganz klar ja, weil ich habe es zum Beispiel selbst in den Griff gekriegt. Klar, manchmal kriege ich das auch noch manchmal rein. Manchmal vergesse ich einen Termin, manchmal schiebe ich was auf. Aber die Auswirkung ist drastisch reduziert worden. Also von 100 Dingen, die ich früher aufgeschoben habe, schiebe ich jetzt vielleicht zwei Dinge auf, maximal eine Sache. Aber das ist dann auch keine schlimme Sache, sondern vielleicht irgendeinen Behördengang oder so, den ich dann aber trotzdem recht zeitnah erledige. Du kannst auch andere Beispiele dir anschauen, wie Florian Holm, Richard Branson, David Nealman, Michael Jordan, Michael Phelps, viele erfolgreiche ADHS-Menschen, Emma Watson, die haben das alle hinbekommen. Und wenn du dir diese Leute anschaust, siehst du meist, dass sie die Schwächen, in Anführungszeichen, nicht weggezaubert haben, sondern dass sie einfach die Umgebung gewechselt haben. Dass sie zum Beispiel einfach in ein Berufsfeld gegangen sind, was mega ADHS-kompatibel ist. Und so hast du diese Schwächen, die kommen da gar nicht zum Vorschein und du musst sie eigentlich gar nicht wegzaubern. Ja, weil das geht ja eh nicht. Dann hat ein anderer gesagt, Seiten wieder auf Konkurrenz rasieren lassen. Und ich habe gesagt, ja, das ist richtig, denn man gönnt sich ja sonst nichts. Lieber strikte Routinen oder Stimmung und Vibes folgen. Und dann ist es natürlich klar, dass ich gesagt habe, du sollst den Routinen folgen, denn wenn du jetzt zum Beispiel dich auf Vibes verlässt, sind die extrem unzuverlässig und volatil. Im einen Moment stehe ich auf und denke mir, ich will die Welt beherrschen, mir geht es richtig gut, ich freue mich, mein Leben ist geil. Im anderen Moment stehe ich auf, bekomme irgendeinen unangenehmen Anruf und würde am liebsten 10 Stunden liegen bleiben. Also wenn ich immer nur das machen würde, wonach ich mich unmittelbar fühle, würde ich überhaupt nichts hinbekommen. Das bedeutet, auf den Büchern steht immer, folge deiner Leidenschaft oder mach das, was dir Spaß macht. Ist ja ein cooler Slogan, cooles Zitat, aber im Endeffekt funktioniert das nicht. Du musst genau die Dinge machen, auf die du überhaupt keinen Bock hast, die du hasst, die nicht mal deine Freunde machen würden. Ich hatte zum Beispiel früher Nebenjobs, da haben sich meine Freunde gesagt, wie kannst du so einen Nebenjob machen? Die haben sich gesagt, ich bin Student, ich würde doch niemals so einen Drecksjob machen und ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich weiß, ich muss die Dinge machen, die ich hasse, auf die ich gar keinen Bock habe, sodass ich auch bei den anderen Dingen dann sogar noch viel besser werde. Also verlasse dich niemals auf Vibes, verlasse dich auf die Routine, denn die lässt sich niemals im Stich. Wenn du Gewohnheiten aufgebaut hast, wird es eigentlich nie vorkommen, dass du versinkst. Weil stell dir mal vor, du stehst auf, fühlst dich nicht gut, aber machst immer dieselbe Morgenroutine mit Sport. Dann wirst du das auch durchziehen, auch wenn du dich mal nicht so gut fühlst. Und das ist das Entscheidende. Aber mega coole Fragen von euch auf jeden Fall. Bücher mit Tipps zum Umgang mit ADHS. Überall werden nur Probleme erklärt ohne Lösung. Und da ist es halt natürlich sehr fatal, weil die meisten Bücher sind von Pharmaunternehmen gesponsert worden. Die meisten Autoren sind von diesen Pharmaunternehmen gesponsert. Das bedeutet, die Tipps in diesen Büchern zielen meist darauf ab, dich davon zu überzeugen, Medikamente zu nehmen. Und die eigentlichen Strategien sind dort gar nicht drin enthalten. Das weiterempfehle ich dir auch einfach durch Praxiserfahrung zu lernen, weil es ist viel besser zum Beispiel mit 800 Betroffenen zu sprechen, sich anzuschauen, was funktioniert, was funktioniert nicht jetzt in meinem Fall, als aus irgendeinem staubigen theoretischen Buch zu lesen von irgendeinem Autor, der selbst gar kein ADHS hat. Also das ist halt viel wichtiger und viel relevanter, weil ich bin lieber ein Mensch. Ich bin in der echten Welt. Firsthand Experience und schau, was ist denn überhaupt in der echten Welt los? Im Buch kann viel drinstehen, aber wie ist es, wenn ich mal wirklich mit sehr vielen Betroffenen spreche, Dinge teste, bei mir Sachen ausprobiere und dann eben mit statistischer Signifikanz herausfinde, welche Strategien denn am besten funktionieren. Wesentlich besser. Was nicht heißt, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Ich habe alle Bücher zu dem Thema durchgelesen, aber irgendwann habe ich einfach keine neuen Tipps mehr gefunden. Ich konnte dann nichts mehr lernen, weil ich einfach schon alles dort wusste in diesem Bereich. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, diese Bücher mir auch selbst reinzuziehen. Nächste Frage. Ideen, um den Dopaminmangel auszugleichen, neben Medis. Und da ist eine Strategie für eine gute Stimmung zu sorgen, also zum Beispiel eine coole Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Wenn du arbeitest, dass du dir irgendwie ein leckeres Getränk oder so holst, dass du vielleicht Duftkerzen anmachst. Einfach, dass du dich wohlfühlst im Büro, vielleicht auch deine Erfolge aufhängst als Bild. Vielleicht das Abiturzeugnis oder die Masterarbeit oder was auch immer irgendwo aufhängen. Dass du echt eine gute Laune hast. Weil mit einer guten Laune lernt es sich viel besser. Das ist so ein Tipp von ungefähr zwölf Tipps. Ich habe da so eine zwölf Punkte Checkliste für mehr Konzentration im Managing drin. Und das ist ein Tipp von dieser Liste. Dann hier die Frage. Wenn ein Narzisst ADHS hat, ist doch eine verdammt gute Kombo irgendwo. Nein, auf gar keinen Fall. Weil als Narzisst ist es halt so, dass du ein sehr großes Ego hast und dann keine Hilfe annehmen wirst. Das heißt, du wirst dir kein Coaching holen, keine Hilfe annehmen, dir auch von Freunden weniger helfen lassen. Weil du so diesen Denkfehler hast. Ich muss alles selbst herausfinden. Ich muss über meinen ADHS jetzt alles selbst herausfinden. Ich darf ja keine Hilfe annehmen. Sonst heißt das ja, ich bin ein Versager oder ich habe es selbst nicht geschafft. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich selbst habe auch einen Coach im Thema Fitness. Und das heißt ja nicht, dass ich dort sehr schlecht bin. Und das heißt einfach nur, dass ich keine Lust habe, diese ganzen Infos mir jetzt selbst beizubringen, dass ich keine Lust habe, mich damit wochenlang zu beschäftigen. Sondern, dass ich einfach eine Abkürzung haben will. Ich sage dir, was ich haben möchte. Ich will so und so viel zunehmen. Hier will ich aufbauen. Diese Gewichte will ich stemmen. Und du gibst mir jetzt die Abkürzung. Du gibst mir ein Kochrezept. Ich muss es einfach nur umsetzen. Und sehe dann im Spiegel viel besser aus. Das ist ja eigentlich Coaching, dass du eben eine Abkürzung suchst. Weil es ist völlig verrückt, alles alleine herausfinden zu wollen, was andere Experten schon längst für dich gemacht haben. Also das heißt, das finde ich nicht so eine coole Kombo. Ich fände OCD und ADHS besser. OCD ist Obsessive Compulsive Disorder. Also Zwänge haben allgemein. Warum? Ich kann es dir erklären. Es gibt so ein ADHS-Teufelchen bei mir im Kopf zum Beispiel. Das sagt mir, räum nicht auf. Lass die Unordnung zu. Aber das OCD-Englische sagt mir dann, hey, ich habe den Zwang, jetzt hier alles ordentlich zu machen. Ich will aufräumen. Und dann werde ich auch tendenziell ordentlicher sein. Das heißt, OCD und ADHS ist ein ganz guter Ausgleich. Mega spannend. Nächste Frage, warum kann ich mir nie Wegbeschreibungen merken? Das liegt daran, dass du eben beim Laufen oder beim Fahren so sehr in deinen Gedanken versunken bist, so sehr am Träumen bist, dass du die Umgebung gar nicht wahrnimmst. Dass du das dann oft vergisst und dich dann nicht mehr erinnern kannst. Das ist der Grund. Nächste Frage, wie Entscheidungsprobleme in den Griff kriegen? Der beste Weg, um diese Probleme in den Griff zu kriegen, ist folgender. Ich würde erstmal die Auswahl reduzieren. Geh nicht in einen Süßigkeitenladen, wo es 20.000 Süßigkeiten gibt. Weil natürlich wirst du überfordert sein, es ist viel zu viel Auswahl. Das heißt, du musst die Auswahlmöglichkeit begrenzen. Wenn du ein Buch holen willst, nimm dir vielleicht zwei Themen. Psychologie und Fitness. Und dann wird es dir schon leichter fallen, dich zu entscheiden. Dann vielleicht noch drei Autorinnen oder zwei Autoren. Und dann wird es dir leichter fallen. Dann würde ich auch vor jeder Entscheidung mich immer fragen, was ist das Beste, was passieren kann, wenn ich das jetzt mache? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn die Auswirkung auf der negativen Seite gering ist und die Vorteile eben sehr groß sind, dann würde ich mich dafür entscheiden. Zum Beispiel, soll ich mir Zerroin spritzen? Die negativen Auswirkungen sind drastisch. Ich kann süchtig davon werden. Es ist viel zu teuer. Es bringt nichts. Es macht mich kaputt. Und ich infiziere mich vielleicht mit irgendeinem ekligen Nadel. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Und die Vorteile sind halt auch nicht so krass. Wenn du dir hingegen die Frage stellst, soll ich heute ins Fitnessstudio gehen oder nicht? Was sind die Vorteile? Ich fühle mich besser. Sehe vielleicht sogar besser aus. Hab mehr Dopamin, also mehr Konzentration. Was sind die Nachteile? Ich habe vielleicht eine Stunde meiner Zeit jetzt verloren. Ich muss mich anziehen. Ich muss dorthin fahren. Ich muss einen Covid-Test machen. Etc. Aber du siehst, eigentlich sind die Vorteile viel größer und Nachteile gering. Mach es. Dann der dritte Weg. Habe ganz klare Ziele und Werte für dein Leben. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, im Fitness durchzustarten und das dein Fokusthema ist, dann stellt sich nicht die Frage, esse ich jetzt den Hamburger oder den Salat? Weil du hast das Ziel, du hast den Fokus. Dann stellst du nicht die Frage, gehe ich heute saufen oder ins Fitness? Weil wenn du ein ganz klares Ziel hast, kannst du immer dich für das entscheiden, was dich dem Ziel näher bringt. Und wenn du keine Werte hast als Mensch oder keine Ziele, bist du eh wie so ein Spielball, der im Leben so hin und her treibt. Nächste Frage. Wie soll ich mit Ungeduld umgehen? Ganz einfach. Ich würde das erstmal akzeptieren. Weil Ungeduld ist per se kein Nachteil. Ich habe das auch. Ich bin mega ungeduldig. Und ich finde sogar, dass es ein Vorteil ist. Weil das heißt einfach nur, dass du schnelle Ergebnisse haben möchtest. Und du kannst also damit umgehen, indem du es einfach akzeptierst. Nur weil ich zum Beispiel an Gras ziehe, wird das nicht schneller wachsen. Manche Dinge brauchen echt die Zeit. Und wenn du es einfach akzeptierst und dich vielleicht in der Zeit, in der du wartest, um etwas anderes kümmerst, dann wirst du das Problem auch loswerden. Zum Beispiel habe ich jetzt die Spülmaschine angemacht und ich bin ungeduldig und will, dass das Geschirr fertig ist. Also fange ich halt einfach an, schon mal zu kochen, mache da die ganzen Sachen, bin abgelenkt und vergesse dann, dass ich ungeduldig wegen der Spülmaschine war. Und dann melde die Spülmaschine sich und ich freue mich mega. Das ist meine Taktik. Dann die nächste Frage. Wie beschreibt man genau Hyperaktivität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen? Kann ich dir ganz genau sagen, das ist ein ständiger Bewegungsdrang. Wir unter Strom stehen. Du willst immer was machen und du fühlst dich sehr unausgeglichen. Es ist wie so ein Jucken zum Beispiel, was nur weggeht, indem du dich mega verausgabst, indem du Sport machst, indem du deinen Körper spürst und nach zwei Stunden circa kommt das aber wieder. Also wenn du zwei Stunden Sport gemacht hast, nach Hause gehst und zwei Stunden auf dem Sofa liegst, fängt das schon wieder an und du hast Bock, was zu machen. Du willst dich bewegen. Am schlimmsten ist es bei mir immer mit dem Fuß. Da zapple ich gerne rum und so fühlt sich das an. Nächste Frage. Wie sollen ADSler mit Trennungen umgehen? Und da würde ich dir Folgendes raten. Also erstens würde ich mich immer an das Beste und Schönste erinnern. Ich würde mich immer fragen, was waren denn coole Momente? Was war schön? Was konnte ich lernen? Nächste Frage. Was kann ich daraus lernen? Wo muss ich an mir arbeiten? Also nicht immer die Schuld am Partner oder einer Partnerin suchen, sondern dich echt mal fragen, wie kann ich von meiner eigenen Haustüre kehren? Was habe ich denn vielleicht noch für Schwächen? Vielleicht habe ich so wenig Selbstwertgefühl, dass ich viel zu eifersüchtig bin oder dass ich vielleicht so ein Kontrollfreak war oder was auch immer. Und dann diese Dinge wirklich mal bewusst sehen, daran arbeiten und sozusagen für die nächste Beziehung trainieren. Und drittens, lenk dich einfach mit Fitness, Hobbys und Arbeit ab. Die beste Methode, um diesen Trennungsschmerz zu verarbeiten, ist dich abzulenken, zu arbeiten, was aufzubauen. Und das ist dann eigentlich auch wie so eine Beziehung, wie so ein kleines Baby, zum Beispiel ein Business, an dem du arbeiten kannst. Und das fühlt sich auch richtig cool an. Und wenn du dann selbst dich wieder aufgebaut hast, selbst glaubst, dass du das schaffst, dass du selbst auch von der Persönlichkeit so weit bist, kannst du ja direkt wieder eine neue Beziehung starten und die Fehler eben vermeiden. Nächste Frage. Warum ist das so ungerecht, dass manche mehr mit ADS kämpfen müssen als andere? Und dann habe ich ein bisschen Real Talk gebracht und zwar, schau mal, selbst wenn das jetzt ungerecht ist und wenn du die Antwort kennst, warum das jetzt so ist, lösen sich die Probleme immer noch nicht. Es bringt nichts, immer noch zu fragen, warum, wieso immer ich, warum ist alles so ungerecht? Warum bin ich so klein? Oder warum habe ich so eine schlechte Genetik? Warum sind meine Eltern so arm und können mir nichts bieten? Bla, bla, bla. Erstens interessiert das überhaupt kein dein Selbstmitleid. Das bringt dir null, weil das verändert sich nichts. Frag dich nicht immer, warum ist etwas so, sondern wie kann ich es lösen? Ich interessiere mich nicht für das Warum, ich will nur wissen wie. Das nervt mich auch an der Therapie, da spreche ich ein Jahr darüber, warum ich in der Vergangenheit schlecht war. Ich will viel lieber darüber sprechen, wie ich in der Zukunft besser werden kann. Also frag dich nicht, warum bin ich so dick, sondern wie werde ich fit? Frag dich nicht, warum kann ich mir das nicht leisten, sondern wie kann ich mir das leisten? Mega, mega wichtig. Dann, wie lange nutzen deine Klienten im Durchschnitt dein Coaching? Sehr unterschiedlich. Manche Klienten und Klientinnen sind drei Monate bei mir, andere sechs Monate, andere ein Jahr, andere sogar noch länger und das ist echt immer unterschiedlich, kommt auf deine Situation an. Dann die nächste Frage, beschreib dich in drei Wörtern. Erstens optimistisch, zweitens koffeinsüchtig und drittens neugierig. Wie lange wirst du Coachings geben? Auch in einem Jahr noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch so lange durchziehen werde oder ob ich dann nicht schon fortgeschrittene andere Projekte anpacken werde, aber das werde ich mir noch überlegen. Dann kommt hier die Frage, machst du für dich auch alle drei Monate so ein Update von dir, also eine Selbstreflexion? Das mache ich meist monatlich. Da frage ich mich dann, was ist diesen Monat schlecht gelaufen? Wo habe ich Fehler gemacht? Und wie kann ich diese Fehler im kommenden Monat vermeiden? Und das ist halt echt wichtig, so eine Selbstreflexion, sodass du eben so ein Big Picture hast, das große Bild, weil manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn du so im Arbeitsmodus bist. Dann die Frage, Tipp, wenn man eine tiefsitzende Angst vor Ablehnung hat, wie kann man das loswerden, die Angst abgelehnt zu werden? Und da habe ich geantwortet, du wirst immer abgelehnt werden, also es ist komplett egal, was du machst. Wenn du zum Beispiel einen roten Pullover anhast, sagen manche Leute, hey, das steht dir gut. Gut, andere sagen, das sieht scheiße aus. Wichtig ist nur, dass du dir selbst treu bleibst und dich selbst nicht ablehnst, weil dich selbst abzulehnen, ist viel schlimmer, als von anderen abgelehnt zu werden. Also du löst das Problem, indem du dir bewusst machst, du kannst diese Angst nie loswerden. Also du kannst es nicht vermeiden, dass sich Leute ablehnen, weil du wirst immer für irgendwas abgelehnt werden. Egal, was du machst. Selbst wenn du zum Beispiel nichts machst, werde ich dich als Coach ablehnen und sagen, hey, du hast mehr Potenzial, was ist los mit dir? Wieso arbeitest du nichts? Wieso arbeitest du nicht an dir? Du siehst also, du kannst Ablehnung nie vermeiden, weil Ablehnung ist einfach nur eine Bewertung von jemand anderem. Aber jetzt kommst du, die Bewertung ist subjektiv. Das ist nicht die Wahrheit. Manche Leute sagen sich, ich finde grün schön. Andere sagen, grün ist hässlich. Aber grün an sich ist keins von beiden. Es ist einfach nur grün. Aber die Bewertung von anderen Leuten sorgt für dieses blöde Gefühl. Das heißt, du kannst die Bewertung von anderen Leuten eh niemals selbst kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, wie viele Dislikes dieses Video hat oder wie viele schlechte Kommentare ich bekomme. Aber ich kann, was ich kontrollieren kann, ist meine Reaktion darauf. Denn du kannst mich übrigens nur verletzen, wenn ich dir zustimme. Wenn ich mich dafür entscheide, dass mir deine Meinung egal ist, würde mich das überhaupt nicht treffen. Das heißt, du kannst mit Ablehnung umgehen, indem du dich dafür entscheidest, darauf zu scheißen und indem du zu dir selbst stehst. Sei einfach du selbst. Und dann gibt es Leute, die finden dich cool. Andere finden dich schlecht. Aber zumindest wirst du nicht für irgendwas geliebt oder gemocht, was du überhaupt nicht bist. Also verstell dich nicht. Versuch du selbst zu sein und scheiß auf diese Leute, die dich ablehnen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mit einer positiven Bewertung und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Die Ausgangslage war so, dass ich im Endeffekt von der Ordnung her Probleme hatte und auch keinen klaren Tagesablauf beziehungsweise Tagesstruktur. Und da hat mir der Elias enorm geholfen. Vor allem im Bereich Ordnung schaffen. Das war bei mir noch so ein Key. Also Ordnung auch zu halten und zu schaffen. Wie hat sich so das Thema Zeitmanagement verbessert? Weil du bist ja selbstständig als Filmemacher. Kannst du auch mal deine Firma kurz nennen, falls das jemand sieht, der geile Filme braucht. Genau, die Firma heißt Produktkino. Und genau, wir machen einfach Imagefilme, Werbefilme und hochwertige Filme für Endkunden. Genau, und für mich war es mega entscheidend, da wirklich einen sinnvollen Zeitplan auch zu erstellen. Das habe ich dann auch mit dem Elias gemacht. Und er hat mir dabei geholfen, wirklich hier auch das Wichtigste so zu strukturieren, dass ich immer auch konstant in die Umsetzung komme. Gerade, dass ich wirklich auch meine Ziele erreiche, dort auch wirklich, ja, auch Aufgaben nach hinten verschiebe, die nicht wichtig sind und Aufgaben, die wichtig sind, am Morgen erledige, ist so, dass ich dann wirklich immer in die konstante Umsetzung komme am Tag. Also, das war so am Zeitplan wirklich so das Beste. Von der Konzentration hat der Elias mir einfach mega viele Tools an die Hand gelegt. Ich habe gemerkt, dass mir die dabei helfen. Gerade, es gibt so viele Dinge im Coaching, die man einfach auch ja nutzen kann im Alltag dann und die wirklich praktisch sind, wo man in die Konzentration einfach reinkommt. Und ich glaube, mein Unternehmen hat sich so weit entwickelt, dass ich mehr in die Umsetzung kam, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch in dem Coaching eben Abschlüsse gemacht, also im Wert von über 10.000 Euro. Genau, also das ist auf jeden Fall sinnvoll gewesen, das anzugehen. Ich kann auch nur jedem das wirklich an die Hand legen, sich darauf einzulassen, auf das Coachings durchzuziehen, wirklich auch an sich arbeiten zu wollen, weil das auch was, was man fürs Leben macht und nicht irgendwie für die nächsten drei Monate. Am besten hat mir gefallen, dass das Ganze sehr praktisch orientiert ist. Also, ich habe schon mehrere Coachings gemacht, also in anderen Bereichen auch Selbstverwirklichung und ich habe schon gemerkt, dass das Coaching oder beziehungsweise die Art und Weise, wie der Elias das macht, sehr zugeschnitten ist, einfach auf das ADHS oder ADHS. Man hat einfach Dinge, die funktionieren. Hier heißt ein Produktkino, das kann man einfach direkt bei Google eingeben. Das findet man dann, kommt man auf eine Homepage und man kann unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Eben, da könnt ihr dann das Kontaktformular ausfüllen, könnt uns einfach kontaktieren, könnt uns anrufen, könnt mich anrufen und man kann dann einfach das Projekt angucken, wo ihr machen wollt und wir werden auch dann einfach jedem, also wir antworten auf jede Mail. Es ist uns auch ein Anliegen, wirklich da jedem einfach eine Beratung zu geben, unabhängig davon, ob ihr das dann bucht oder nicht. Aber ihr würdet auf jeden Fall von uns eine zeitnahe Antwort bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020